Und das war es natürlich, aber leider schon wieder, wenn wir heute mit Goldrauschen gehen, zum Ende. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid und ich hoffe, die musikalischen Zeitreisen in die Jahre 1960 und 1966 auf euch gefallen. Ich bin selbst schon gespannt, wohin die nächsten Zeitreisen bei der nächsten Zeitreisung gehen werden. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin alles Gute, tschüss dabei, euer und ihr Eckart Hannibal-Meuerbach. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020